Wir haben eine Sommer- und Winterzeit. Wie stehen wir eigentlich dazu? Stichpunkte. Stichpunkte. Der Podcast auf deine Ohren. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen zum dritten Podcast dieses Jahres. Und heute beschäftigen wir uns beide ein bisschen oder unterhalten uns ein bisschen um das Thema Zeitumstellung. Ist das noch sinnvoll, das zu haben? Oder ist das überhaupt nicht mehr sinnvoll? Genau diese Fragen haben wir uns unterstellt. Nico ist relativ, das sagt er gleich euch selber, was er darüber so denkt. Und ich bin der Meinung, mir ist das relativ egal. Aber ich werde dann auch gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich würde mal sagen, Nico, was? Oder aus welcher Beründung sagst du, dass die Zeitumstellung nicht mehr da sein sollte? Ja, warum, wieso? Erstmal ein recht herzliches Hallo und Willkommen an die Zuhörer hier bei unserem 1, 2, 3. Podcast mittlerweile. Sehr schön. Ja, zurück zur Frage. Warum sollte die Zeitumstellung nicht mehr da sein? Warum sollte es die Zeitumstellung nicht mehr geben? Der Grund ist folgendes. Die Zeitumstellung, also diese Sommer- und Winterzeit, die ist ja schon seit Anno dazu mal. Aber, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen oder was die meisten inzwischen vergessen haben, ist, dass die sogenannte Sommerzeit die erfundene Zeit ist. Und die gibt es seit 1980. Grund war damals in der DDR, war damals ein Gesetz oder irgendein Beschluss dazu entwickelt von einigen gewissen Erich Honecker. Ja, die Älteren mögen das vielleicht wissen, wer das noch war. Für die Jüngeren sei erklärt, Erich Honecker war ein Staats- und Parteichef in der DDR. Also der hat da die Fäden in der Hand gehabt und das nicht gerade zum, oder sag ich mal, zum, nicht gerade so zum richtigen Teil oder richtigen Wohl der DDR-Bevölkerung. Aber, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, ähm, hat der, äh, Herr Honecker damit gesagt, äh, die Bauern brauchen mehr Licht und wir müssen Strom sparen. Also eigentlich, äh, war das, äh, der Hauptpunkt gewesen, dass die, äh, Zeit, also, dass die Sommerzeit, äh, erfunden worden war, äh, aufgrund dessen, dass Strom eingespart wird und dass die Bauern halt am Tage mehr, äh, Licht haben, äh, was, äh, schon ein Jahr nach der Zeit, äh, Umstellung eigentlich als, äh, Quatsch, äh, sich herausstellte. Ähm, weil, äh, die gemerkt haben, äh, wir sparen ja dadurch nichts ein. Im Gegenteil, aber, äh, die, äh, DDR-Regierung hat es dann absolut nicht hingekriegt und das halt bis heute nicht, dass, äh, die, äh, deutsche Regierung, äh, da gesagt hat, okay, da steigen wir halt dann da wieder aus. Und da kleben wir seit 1980 halt in dieser Zeitumstellung da drin. Ich muss dich mal kurz unterbrechen, ich, ähm, lese daran ein bisschen nahe und die Zeitumstellung ist nicht seit 1980, sondern seit 1784 von Benjamin Franklin, ähm, ähm, der damals in Paris, äh, der lebt hat und die künstliches Licht, ähm, ja, erschaffen hat, ähm, ähm, und dann nach und nach, dann auch, ähm, ja, die erste Zeitumstellung wurde, ähm, am 30. April 1916 im Deutschen Reich und im, äh, in Österreich-Undan, äh, eingeführt. Äh, so weit geht das alles schon hinüber, ähm, sag, ich hab da grad, äh, hier auch Wikipedia auf, äh, deswegen kann ich das ein bisschen hier ablesen, ähm, so, ja, auf den ersten Blick wusste ich das ja auch alles nicht, aber ich sag mal so, Seiteumstellung. Ja, ähm, ähm, ja, es ist manchmal eine schwierige Lage, ähm, ich finde, mir ist das relativ egal, ähm, ob die Zeitumstellung da ist oder nicht, ähm, ähm, ich kenn es ja nur mit Zeitumstellung und ich sag mal so, es ist in manchen Hinsichten sinnvoll, äh, zum Beispiel um Energie dann zu sparen oder dass die ernten besser laufen oder das, ähm, wenn dann in der Früh dann auch einmal dunkel ist, dann ist das am Abend vielleicht länger hell, ähm, man kann das machen, im Winter ist das dann auch umgekehrt, äh, da wird er eher früh hell, ähm, ähm, ja, es ist immer eine schwierige Frage und allgemein das Thema ist sehr, sehr, sehr komplex und schwierig, ähm, ob man da hier einfach so super einfach wieder alles umstellen kann, ist schwierig, ähm, da müssten eigentlich dann auch viele, viele andere Länder mitgehen, ähm, ich weiß nicht, wer da all mit drin ist, äh, wie viele Länder da aktuell mit dabei sind, ähm, es sind nicht mehr alle Länder, äh, drin, und das ist ja gerade der Punkt oder, äh, vorhin der Punkt, den ich ein bisschen schon angeheizert habe, beziehungsweise, ja, ähm, weil die meisten oder, äh, einige Länder sind ja schon ausgestiegen, wie, äh, jetzt zum Beispiel Russland hat auch gesagt, ne, äh, wir machen das nicht mehr mit, wir steigen aus, so, die sind einfach raus und genauso wie andere Länder auch, aber komischerweise, äh, unser Land schafft es nicht, obwohl die meisten, äh, auch dafür gestimmt haben, dass die, ähm, Sommerzeit abgeschafft werden soll, einige waren sogar für die, äh, dass die Winterzeit abgeschafft wird, aber die Winterzeit, und, äh, äh, das, äh, wissen wahrscheinlich auch, äh, einige, äh, nicht, also ich meine, äh, nicht, dass ihr das jetzt, äh, falsch versteht, guck Gottes Willen, ähm, ähm, aber die Winterzeit ist die Normalzeit, und die Sommerzeit ist halt die, sag ich mal, die erfunden worden ist, ähm, und, ihr merkt ja, äh, selber, zum Beispiel, wie es der Benni jetzt gerade schon beschrieben hat, äh, in der Sommerzeit, klar, es ist länger hell, man kann, äh, man kann etwas länger draußen bleiben, man kann, äh, etwas länger was unternehmen, und so weiter, das ist zwar alles richtig, aber, in der Sommerzeit wird eine Stunde geklaut, das heißt, äh, ihr habt eine Stunde weniger Schlaf, gut, der einzige Vorteil ist, man hat eine Stunde weniger Arbeit, ähm, aber, äh, ja, ähm, man braucht, also, gerade, mir geht das zumindest, äh, wird das dir, äh, wird das dir wirklich geklaut, weil, äh, wenn ja die Sommerzeit ja zu Ende ist, dann geht ja die Winterzeit, und dann wird diese Stunde, was dir ja genommen wird, auch wieder weggenommen. Nee, ähm, nee, ähm, nee, nicht? Bei der Sommerzeit geht die Uhr eine Stunde vor, ist, äh, somit zu erklären, wenn die Sommerzeit kommt, gehen die Möbel raus, also, die Gartenmöbel werden rausgestellt, da weiß jeder, aha, Sommerzeit geht eine Stunde vor. Bei der Winterzeit kommt die Terrassenmöbel wieder rein, da weiß jeder, aha, eine Stunde zurück, das heißt, die Stunde, die dir genommen wird, wird dir in der Winterzeit wieder gegeben. Das heißt, in der Sommerzeit geht die, äh, Uhr von zwei auf drei vor, in der Winterzeit, also in die Normalzeit, geht's dann von drei auf zwei zurück. Und genau der Ausgleich ist ja dann wieder vorhanden, würde ich mal. Ja, aber auch nur, äh, bis zum, äh, von, ich mein, die, äh, Winterzeit, die geht ja, glaub ich, ab Ende, wenn ich jetzt so richtig liege. Äh, äh, der ist mir, glaub ich, Ende, Ende November, von Ende November, denk ich, bis, äh, in den März, glaub ich, rein, also. Mit, ja, Ende März relativ, wir haben ja, ja, bald, ja, die, ähm, Umstellung, das ist, glaub ich, am kommenden Wochenende, am 26.03. Ah, doch, äh, Ende, äh, Ende März, Gott. 26.03. also, Ende März. So, und dann haben wir von Ende März bis Ende November, die Sommer, äh, Zeit, und dann, ab Ende November, bis, Nein, bis Oktober. Oder, oh, sogar Ende Oktober schon, ja. Ende, ja. Also, von Ende Oktober bis Ende März haben wir dann wieder die, äh, die Winterzeit, das heißt, die Normalzeit. die winterzeit ist die normale zeit und ich finde dass die normalzeit einfach bleiben sollte weil so hat jeder die wieder die normale zeit wie man sie eigentlich als normalzeit kennt und ich meine klar wenn du hast davon gesagt du kennst das nur so mit der zeitumstellung ich kenne das auch zwar so aber ich sage ganz ehrlich ich finde die die normalzeit deutlich besser als dann wieder die sommerzeit und es macht für mich auch keinen unterschied sage ich jetzt mal wenn oder doch ein unterschied schon weil wenn die sommerzeit weg ist braucht man die uhr nicht mehr umzustellen sondern da kann das so stehen bleiben aber ob das jetzt in dezember era hell quatsch era dunkel oder im sommer später dunkel wird das macht für mich kein unterschied hauptsache ist dass eine bestimmte zeit so eine bestimmte zeit bleibt und das ist halt die normalzeit und ja dafür wäre ich dass die normalzeit bleibt was mich ich was mich daran auch nicht daran auch schon ein bisschen fragt was machen dann die anderen film die anderen länder zum beispiel russland hast du ja die haben das ja schon abgeschafft arbeiten die dann einfach eine stunde länder oder die arbeiten nach dem also die arbeiten nach ihrer sogenannten normalen zeit also nach der winterzeit in russland ist ja auch keine zeitverschiebung also da ist normal europäische zeit wie bei uns und die sagen die haben halt jetzt bei uns im wenn ihr jetzt bei uns im sommer um zwölf ist ist bei denen halt eine stunde ist halt eine stunde ist bei den acht um elf aber das ist für die normalzeit in england wiederum also entschuldigung großbritannien in in großbritannien ist das nicht ist es so da ist eine stunde um der karte da ist eine stunde vorsprung oder die haben die stunde rückstand ich weiß jetzt nicht ganz genau rückstand und dann weil wir sind ja ungefähr minus ein da will ich nicht ganz genau aber ich glaube ja zeitumstellung oder ich stechte wenn ihr recht die haben eine stunde rückstand also ja ich glaube wir haben eine stunde rückstand hast recht aber na gut wie die briten das sehen mit der zeit umstellung ob bleiben oder nicht bleiben oder ob sommer oder winterzeit das weiß ich jetzt selber nicht wie die dazu stehen aber also auf meiner persönlichen sicht sage ich ganz einfach die normalzeit also die winterzeit sollte bleiben weil da braucht man nicht die uhren extra vor zurück oder umstellen oder man kann so wie man es ja in den schatzvideos kennt so die uhren habe ich jetzt schon mal umgestellt die eine uhr steht jetzt in der küche die andere uhr steht jetzt in der garage und die nächste steht im bad so natürlich nicht also wie gesagt für mich sollte die normalzeit einfach bleiben weil man hat man weiß man kann dann bis sechs oder sieben in der woche schlafen und wird dann nicht schlagartig war habe ich jetzt verschlafen oder nicht weil das komische ist und vielleicht geht das euch ja auch so so vielleicht wenn die uhr wieder umgeschleppt wird auf die sommerzeit weiß ich jetzt schon ich habe damit wieder probleme ja ich sag mal so ja natürlich hast du ein zwei nächte dann probleme nicht nur zwei nächte also ja bei mir ist das relativ so wenn zwei zwei drei tage und danach ist dann alles wieder guter und alles in ordnung ich habe daran mal nachgelesen wann russland aus der zeitverschiebung oder aus der zeit ausgetreten ist das war 27 jahr mehr 2011 und die haben dauerhaft die sommerzeit auch die haben die sommerzeiten okay gut wenn die sich für die sommerzeiten entschieden haben ist es denn ihr bier wenn wir uns dann irgendwann für die winterzeit entscheiden sollten dann gibt ich da glaube ein sehr chaotischen durcheinander das würde ich mir aber so sehen das würde ich nicht so sehen aber gut das sieht halt jeder für sich sag ich mal anders also ich würde das nicht so sehen aber gut weil ich zum beispiel um es jetzt mal mal kurz noch mal anzubringen weil wenn es damit auf die sommerzeit geht habe ich dann doch übelste probleme ich brauche maximal das ist kein witz eine woche eine woche um da überhaupt drin zu sein in der materie so und dann wenn ihr euch jetzt fragen stellen ja wie machst du das mit der winterzeit mit der winterzeit ist es dann wieder genau umgekehrt da habe ich dann keine probleme damit weil das dann wieder auf die normalzeit ja zurückgeht das heißt ich weiß die stunde habe ich jetzt wieder drin und da habe ich mich dann schneller dran gewinnt als jetzt wieder wenn es auf die sommerzeit geht das ist bei mir das ding also da brauche ich maximal eine woche um da drinnen zeit in der sommerzeit in die normalzeit habe ich keine probleme das dann nicht aber wir würden euch mal fragen in die kommentare wie steht ihr zu der zeitumstellung soll sie noch erhalten bleiben soll sie vielleicht wegfallen wollt ihr lieber sommerzeit oder die winterzeit haben schreibt und sehr gerne in die kommentare und in dem sinne muss ich auch sagen ist für heute der podcast auch schon wieder vorbei ja ich weiß es ist schon wieder vorbei ja aber schreibt uns das gerne in die kommentare entschuldigung schreibt uns das gerne in die kommentare wie ihr dazu steht sommerzeit ja nein bleiben nicht bleiben schreibt uns das gerne in die kommentare wie gesagt und ja wir würden uns sehr über ihre reaktionen freuen wir antworten auch drauf und ja wir damit wünschen wir beiden und euch noch einen schönen guten tag mittag abend winter frühling wann auch immer das video auch immer anschaut oder die audio anhört ja man muss ja sagen anhört es ist ja ein podcast ja das stimmt wir sehen uns damit beim nächsten podcast dann wieder und schaltet wieder ein mit nico und benny